Hallo, ich bin der André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools und möchte euch heute unser Werkzeug zur Instandsetzung der Bremssattelaufnahmegewinde bei VW, Opel und VW. Dazu liefern wir euch einen Reparatursatz im Kunststoffkoffer, der beinhaltet die Gewinde-Reparaturhülsen, der beinhaltet die Bohrlehren, den Bohrer und den speziellen Gewindebohrer M9. Die Reparatur findet am Fahrzeug statt, dadurch braucht ihr das Radlagergehäuse nicht auszubauen und wir verhindern, dass ihr Radlagergehäuse und Radlager ersetzen müsst. Und das erfolgt folgendermaßen, die Bohrlehre wird über die Gewinde am Bremssattelträger fixiert und mit dem speziellen Bohrer räume ich das alte Gewinde aus dem Bremssattelträger heraus, Setze im Nachgang die hochfesten Gewindehülsen ein, die aus Edelstahl sind und somit kleiner Korrosion unterliegen und wir haben danach wieder ein vollwertiges Gewinde, wo ihr die original Bremssattelschiebehülsen verwenden könnt. Der Vorteil unseres Werkzeugs ist also eine fachgerechte und kostengünstige Reparatur am Fahrzeug. Der Vorteil unseres Werkzeugs ist also eine fachgerechte und kostengünstige Reparatur am Fahrzeug.